Irgendwas hat es hier zu hauen. Natürlich meine... Nee, doch nicht. Aber irgendwas hat es hier zu hauen. Ach nee, das sah nur so aus, weil der eine Wassertank da gewesen ist. 96. 96. Ja, okay. Apropos Batterien, wie sieht es denn aus? Wie voll sind die Batterien? Boah, die sind zu 100% voll, okay. Ja, ich denke mal, einen Tag warten wir jetzt noch. Und den machen wir uns auf. Und dann baue ich hier alles ab. So, jetzt fülle ich hier nochmal kurz auf. Gucken wir nochmal kurz. In Distanzer würde ich nicht bauen können. Irgendwas. Irgendwo hier ist er eingeschlagen. Junge, wo willst du? Hier hin. Ja, das ist mir jetzt auch schon des Öfteren aufgefallen, dass die einfach nach außen abhauen. Weg wollen. Vom Beförderband runterfallen. Ja, das soll mir egal sein. Da ist ja genug drinnen. Ja, toll. Ich kann nicht weiterbauen. Das ist ja eben die Scheiße. Ne, ich hätte ja jetzt schon mal angefangen abzubauen. Hätte ich schon mal angefangen weiter abzubauen. Ja, ich denke mal jetzt gleich, wenn das Dach ist, mache ich hier alles abbauen. Mal den ganzen letzten Rest hier abbauen. Ist mir jetzt scheißegal, ob der Lufttank nicht voll ist. Mann, was brauche ich denn jetzt für... Ja, Dakt. Oxygen. Iron. Ja. Ach, die gibt es aber hier noch gar nicht mehr. So, was hat die? Oxygen. Ja, da gibt es. Den raus. Dann sollten eigentlich die komischen Tanks jetzt eigentlich mal voll werden. Ja, normalerweise sollten sie jetzt voll werden. Ja, jetzt ist eigentlich kein Verbraucher mehr drin. Ah, ja. Da. Ja. Okay. So, ab die Post. Jetzt fange ich hier hinten, von hinten her an, alles aufzuräumen hier. Ja. Und dann ab die Post, ne? Gut, ich weiß jetzt nicht, also wenn es zu lang wird, also ich denke mal, wenn es über 15 Minuten, äh, über 45 Minuten wird, dann werde ich die Folge sehr wahrscheinlich schon geschnitten haben. Aber das sehe ich immer am Ende erst. Weil 50 Minuten hochzuladen, das ist schon heftig. Ja, also seid mir nicht böse, wenn ich mich jetzt, ähm, in den einen Part halt nicht verabschiedet habe. Ne? Dann werde ich da halt, ähm, eine Textnachricht wahrscheinlich hinterlassen haben. Ähm, halt einen Hinweis hinterlassen haben. Ne? Also, dass, ähm, dieser Part halt in zwei Teile aufgeteilt wurde, werde ich wahrscheinlich dann auch in eine Beschreibung reinschreiben, Part, ähm, Part, was weiß ich, Part 60, eins von zwei oder irgendwie sowas schreibe ich dann immer. Ist jetzt nicht Part 60, ich weiß. So, bloß schnell weg, bevor es wieder dunkel wird, ey. So, bloß schnell weg, hier bauen, bevor noch was zerhauen wird. Was wichtig ist. Ja, dieser Tag- und Nacht-Zyklus, der ist teilweise auch ein bisschen sehr kurz. Finde ich. So, ich will jetzt auch erstmal nur die Förderbänder abbauen hier. Ganz zum Schluss kommt dann halt die ganze Stromklamotte. Ja, ich hoffe ja, dass die Tanks nicht wirklich zu 100% aufgefüllt sein müssen. Aber ansonsten habe ich natürlich die Apopokarte gezogen. So. Alter, das geht auch in die Arme hier jedes Mal. Klick, 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 klick. Ja. Dann sagt mal, oh, goodbye zu den Erzressourcen. Och, Mann. Ja, teilweise klickst du auf irgendeinen Gegenstand und der geht auf irgendeinen anderen Gegenstand. Soviel zu den Erz, zu den Eisenerz. Ach, Mann. Ja, wie gesagt, alles abbauen. Ich will weg hier. Ach, Mann. Ich sollte wirklich nicht mehr so lange aufnehmen, ja. Ja, heute ist auch ein Kabeltechniker gekommen. Ja, aber der konnte mein Problem jetzt noch nicht beheben. Das heißt, der kommt den nächsten Tag auch nochmal wieder. So, auch weg. Scheiße, ja. Hier noch die Kohle rausnehmen. Ach, weg. Was ist weg hier? Ja, ich weiß, da war auch noch Kohle drin, aber das ist mir jetzt egal. Ich will jetzt einfach nur weg. Ich will ja auch das schon langsam an der Sonne sehen, die ist jetzt auch schon. Ja, jetzt habe ich da oben einen Klotz weggenommen. Naja, der Tag leigt sich auch schon wieder den Ende zu, wollte ich gerade mal sagen. Ja, diese Dinger hier sind teuer, diese Füll, diese Spritleitungen hier, die sind extrem teuer. So, den Klack lasse ich natürlich dran. Stört ja nicht. Am Schiff meine ich jetzt. Jetzt habe ich zwar nicht geguckt, ob alle hier da, jetzt habe ich natürlich nicht drauf geachtet, dass meine Notaschen da voll ist. Mann, F, reingucken, verdammte Scheiße, Mann. Schönen Lampau. Ja, jetzt kommt die lange ein bisschen leer. Ach, jetzt habe ich keinen Sauerstoff mehr. Wie witzig. Mann, ich muss die ganzen Sodatzellen noch einpacken, ja. Ist auch schon voll, ich wusste es. Ach ja. Yeah. Ja. Das nein. Ja. 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 Ja, ihr seht es, ich muss mich so ein bisschen beeilen jetzt hier. Das war der Wassertank nicht großartig aufgefrischt. Was? Was willst du von mir? Hundertfünfzigtausend Sprit? Ja. So Leute, bin ich erstmal wieder zurück. Das war ein etwas größerer Schnitt jetzt. Eigentlich habe ich die Folge schon beendet und im Endeffekt gemerkt, dass die Folge über der Part, den ich da aufgenommen hatte, über eine Stunde 15 Minuten lang geworden ist, weil ich das hier unbedingt fertig kriegen wollte. Ja. Und habe dann halt noch auf so ein bisschen versucht, was jetzt nun Sache ist und so weiter. Das zeige ich euch nochmal kurz. Ihr seht es ja auch, es ist Tag. Ne, ich habe halt nochmal kurz ein bisschen hier aufgebaut, damit ich nicht sterbe. Ich denke mal, die paar würde ich wohl auch hier stehen lassen. Wie viel habe ich denn jetzt noch für ein Stück? Sollte für den Neuanfang eigentlich gut sein. Jetzt will ich bloß mal gucken, wie weit ist mein... Ja, ich habe halt nochmal den Dingens hier angeschlossen. Ja, ne, das müsste auch nochmal geändert werden, weil ich habe jetzt schon öfters gehabt, dass er halt ähm... Sauerstoff verbraucht wird, obwohl eigentlich keiner an den Dispenser steht. Ja, ähm, ich habe halt den Fehler rausgefunden. Ja, ich zeige es euch einfach, ne. Einfach erstmal hier von der Dockstation weg und einfach nach oben. Ne, immer weiter nach oben mit Leertaste. Und früher oder später gelangen wir dann so auf die Galaxiekarte. Ist eigentlich lächerlich, ne. Ja, hier sind wir jetzt, ähm, ja, ich habe auch ganz schön weit außen gewählt. Ich könnte ja mal versuchen... Ja, ich habe es halt auch schon mal jetzt offline geguckt, ne, ob ich in das nächste Sonnensystem fliegen kann. Acid. Ich suche nämlich einen Eisen-Asteroiden. Hier haben wir schon mal keinen. Pures Eisen. Ne, und könnt ihr sehen, es funktioniert. So. Ja, und bevor ich jetzt hier zu viel Sauerstoff und so weiter verliere... Ne, ich muss jetzt halt schnellstmöglich zusehen. Die ganzen Klamotten hier wieder aufbauen, ne. Meine Sauerstoffgenerator und so weiter. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie die... Wie lang die letzte Folge ist, aber ich wird die... Ich habe die Folgen ja jetzt in 15 Minuten Parts aufgeteilt. Ja, also... Dann sage ich jetzt... Ja, ihr seht, also in der nächsten Folge fangen wir ja auf den nächsten Planeten an. Das ist ein Eisen-Asteroid-Planet. Ne, also da sollten wir ja wirklich... Eigentlich genügend Eisen finden, ne. Ja, ähm... Ja, bedanke ich mich wieder vielmals fürs Zuschauen. Über Daumen, Kommentare würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao! Achso, ne, äh... Bevor wir gucken... Ne, bevor ich rausgehe... Kann ich euch nochmal zeigen, ne. Der Sprit wurde jetzt halt verbraucht. Ne, der erste Tank leer. Und der zweite. Uiuiui. Das war dann aber sehr knapp. Also sehr grenzwertig. Beide Tanks leer. Ei, 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 ei. Ja, Tatsache. Meinen kompletten Sprit aufgebraucht, um hierher zu kommen. Naja. Okay. So, jetzt aber... Ja, Leute. Also, bis zum nächsten Mal.